ja moin leute was geht ab zurück zu einer neuen folge von trader gold so wir haben feine genug unis um folgendes machen freunde heute ist der tag ihr seht es bereits spezial angriff plus angriff minus das ist unser xerneas leute unser xerneas es ist so motherfucking beautiful alter xerneas du bist so ein biest alter leute es ist unser xerneas unser xerneas wo ist es da bist du beautiful so als nächstes hier level wollen wollen das ist gut da können wir auch direkt mal auf 50 und auf 60 hochziehen und das weihnacht 4 da sind verschwunden dann hier all die teil kombinieren wohl wollen geht auch wunderschön und akeos freundschaft wohl wollen oh mein gott ach schön so da fehlen nur noch unser deoxys aber kommt auch noch hier haben wir noch ein paar dvd sie brechen berechtigt müssen wir mal gucken durch schließen viel stück und wechsel was in dieser fähigkeit denn machen also normal verursachen alle und wann die 50 prozent schaden in kp um wo sagt viel in höhe von 8 prozent der maximalen der maximalen kp heißt es wird stärker wenn es voller hp hat und das hier ist exakt das gleiche ja genau ist es nicht das ist das mal fünf schaden mehr so was ist hier die länder verursacht gewollt bleiben so was wir das waren ursprungs und mutwalt verursacht schaden so dass allerdings okay das käfer das ist pflanze okay also wäre auch schon mal nicht too bad to have nebel fällt erhöht verteidigung bla was macht das nur 30 prozent gleichzeitig okay das hier okay das nice oder okay dass das wäre nicht so nice weil das ist schaden das ist war da ein status probleme werden geheilt ist auch geil verursacht schaden und status heile das ist auch geil was ist das hier erhöht im kampf der schaden von allen fehlen pokémon das ist auch nice ist der netten kauf sinkt erlitten schaden von allen fehlen pokémon und 50 prozent das ist geil außerdem können nicht angreiffähigkeit hintereinander eingeleitet das ist auch mega geil also eigentlich brauchen auf jeden fall fehlen aura leute darauf gehen wir jetzt mal das hat nicht so gut geklappt das ist okay und das hat nicht geklappt ja leute belassen wir uns einfach dabei erst mal würde ich behaupten dass das ist erstmal in ordnung wir müssen mal gucken dass wir eventuell in den nächsten tagen noch ein paar mehr dingstens dinger bekommen aber als erstes wird das fremde level hoch gepusht scheiße ich merke gerade ich war dumm weil ich den ganzen tag schon pokédex einträge gefarmt habe aber egal der konzern ist auf jeden fall gleich erst mal schön ins ihr ne ihr wisst bescheid sehen dann machen wir erst mal 10 machen wir erst mal 10 ansonsten können wir auch gucken ob wir eventuell irgendwas aus ternia sogar vererben wollen deswegen war das dann eigentlich jetzt vielleicht gerade dumm mit dem plus mit dem freundschaft aber leute wie gesagt wir gucken mal vielleicht machen wir das vielleicht auch nicht aber was wir auf jeden fall jetzt erst mal machen ist schon mal trotzdem das level pushen aus dem grund weil wir dann hier wenigstens schon mal die fähigkeiten ein bisschen hochballern können und dann oder wisst ihr was ich habe gerade eine geile idee ich habe gerade einfach eine frage idee ich habe eine frage idee leute ich habe eine frage idee ok ok also tut mir gefallen hat mich jetzt dafür nicht warte mal habe ich denn auch überhaupt die vererbsteine sagen würde ich habe die vererbsteine noch aber egal leute normal und geheimnis fähigkeiten muss erst mal reichen denn was hat mir hier für attacken ja ok ok das schon das ist schon echt geil also ok also die ratina darf man wieder dran glauben ok das ist plus 20 actually was sagen hier ja gut freundschaftslevel ist nicht so hoch was sagen hier die geheimnis fähigkeiten ist nicht so geil ja und dass ihr das hier halt ja gut das hat angewunsch bezahlen wird das ist halt nicht so geil und hat kein heilen 4 ist auch nicht so geil freundschaft 81 auch freunde freunde ich glaube man muss das zuchtlevel 16 ok also akeos hat 20 ja ich glaube tatsächlich es werden lunala und die ratina denn freunde es passiert noch was ihr dachte zerle erst wäre das einzige wenn wir noch 2000 unis und wisst ihr was es wird genesegt nein wird es nicht es wird was kieter für unser gibt nein gibt es nicht es wird kapukime denn auch hier andere von spezialangriff absolut perfektes wesen leider ist die fähigkeit noch nicht perfekt aber freunde let's fucking go alter richtig nice man so und ja da ich hab's ich hab's gar gar kommen machen was machen was einfach kurz und schmerzlos die ratina alles worauf die ratina geht auf mein bro cernias mit der basisvererbung und den geheimfähigkeiten vererbung let's fucking go los machen was einfach kurz und schmerzlos fick aufs geist team alter fick aufs geist team so und was wir noch machen lunala bro was a great time review und ich mag nun auch tatsächlich nun also cooles pokémon mittlerweile mag es habe ich echt unglaublich ins herz geschlossen aber lunala auch du mein bro zusammen mit den geheimfähigkeiten ja komm was muss das muss let's go kurz und schmerzlos kurz und schmerzlos auch kapukime darf sich in die millionen einreihen und dann wird unser viertes team stone cold ersetzt ja aber scheiße was man ich habe ja gar kein drittes fähigen pokémon verarscht ich habe gerade war mein mega gerade war habe ich natürlich nice gepusht da muss hier natürlich mit die fähigkeit hoch gepusht werden aber ansonsten ist es erstmal mega jahre gewahr und hier müssen natürlich auch so erstmal wohl wollen nun alle ab kombinieren hat null das er doch 1 2 3 4 5 immerhin vom haben oder nicht haben und wenigstens ein wohlwollen haben so kiyoko freundschaft nehmen wir denn da freundschaft 65 so dann haben wir hier noch einen fedi nara und suikun könnte man sich auch irgendwann mal darum kümmern weil das wäre dann ganz nice so attacken ist klar werden im laufe des tages der wochen der tage gepusht damit ich kann aber dann jetzt auch garante ware muss noch hoch gepusht werden vom level her muss auch noch auf 94 gezogen werden wird es dann in den nächsten tagen auch bleibt natürlich auch im geheimen gebiet wo wir können hier pushen über 200 welt antrieb schnell verbessern geht schneller glaube ich dass ich mal so viel davon übrig haben würde krank 85 geht noch locker 86 nicht mehr weiter aber immerhin mehr haben oder nicht haben so dann hier können wir auch noch geht der level geht der freundschaft 86 geht 86 leute geht 86 86 geht ganz knapp nicht schade schade aber auch hier mega nice so was nehmen wir denn als ausrüstungseite was haben wir dann hier fehler tank fbf die johann auf wasser wasser fb wasser wasser fb ich glaube euch hier nehmen dann tatsächlich für wasser ausrüstung und zwar haben wir hier temperaturen von kyogron unter dann nehmen wir ja das braucht fee tut mir leid gar nicht war da muss gar nicht war mit spezialfähigkeiten klar kommen und zwar nehmen wir dann das hier und dann werden natürlich noch die accessoires rüber gepullt von den anderen pokémon von den geist pokémon wir gerade noch hatten und zwar nehmen wir dann hier einfach mal teiches stiefel nehmen wir noch teiches umhauen und was hatten wir noch auf giratina natürlich teiches halskette sind wir bei 1,1 dann für xerneas geist pokémon titan titan und natürlich titan und dann bleibt noch von arceus übrig sacrifice sacrifice wir haben keine halskette mehr für sacrifice mehr was hatte giratina denn für eine kette hier die titan halskette ok ja schade 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 leute wir müssen in nächster zeit unbedingt mal die accessoires hochpushen ich weiß ich weiß ich kann es machen aber ich bin einfach stinke faul so bei kapokime suchen wir natürlich geschwindigkeitsboost temposchub oder natürlich drachensprache 3 hoffentlich reichen unsere 50 karten jetzt damit wir das noch bei kapokime und xerneas machen können alter ich bin gerade so gehypt endlich ein neues team was ganz ganz anderes mal was anderes als alle anderen spielen das ist auch mal mega cool gefällt mir persönlich mal mega gut noch ein bisschen so break out of the maker finde ich mega geil werden viele von euch natürlich auch bejahen und vielleicht vielleicht wenn wir demnächst noch mal dass die möglichkeit haben an einem event für arceus tafeln teilzunehmen dann werden wir mein schönes jahre war auswechseln für ein schönes arceus dann spielen wir da nämlich ein feen arceus ist dann vor allem mega geil gegen die ganzen unlicht teams und licht war das drache drache auch passt schon aber ich hätte jetzt gerne bitte drachensprache 3 oder temposchub 3 das wäre wenn wir demnächst mal wieder ein energie event haben ich hoffe wir haben demnächst mal wieder ein energie event denn aktuell steht keins an dann werde ich auch noch die poliervererbung von viratina auf xerneas oder kino vornehmen gucken weiß ich noch nicht je nachdem was ich jetzt als erstes anfangen zu pushen und was schnellere durchbrüche dann haben oder beziehungsweise ja ich gucke jetzt mal was ich dann anfangen zu pushen und dann gucke ich nach den durchbrüchen ja leute es sieht nicht gut aus aber wir brauchen hier mal eine drachensprache 3 oder ein temposchub 3 wir haben nur noch die hälfte der karten jetzt und das geht sich irgendwann nicht mehr aus würde wir brauchen die karten hallo hallo dreierfähigkeiten hallo bitte nein falsch weil kiene tank ist passt das schon auch hier temposchub drachensprache bitte wegen der cds müssen wir dann halt mal gucken wenn das nächste mal ein cd event ist dass wir unis eintauschen können dafür machen wir das natürlich dann weil jetzt als erstes werde ich gleich meine unis erst mal wieder sparen so vor allem dass man mal guckt dass man irgendwie dann auch ein ol xerneas macht oder so also mal gucken ich werde auf jeden fall erstmal meine unis jetzt wieder sparen ich komme ja unglaublich schnell auf unis im normalfall dauert es nicht so lange jawoll immerhin hier kriegen wir die drachensprache 3 das ist doch schon mal muy caliente und dann würde ich auch sagen fangen wir mit xerneas an mit den dv durchbrüchen mal ein bisschen schneller verteidigungsdv als nächstes wollen wir jetzt spezialangriff oder init dann sonst nehmen wir gar nichts mehr alles klar und als nächstes nehmen wir nur noch init ne spezialverteidigung wäre noch geil stell ich zu hohe ansprüche ich weiß es nicht ich weiß nicht ob ich zu hohe ansprüche stelle ich finde ich finde auch so ist das jetzt ziemlich schlecht geworden also gerade init und spezialangriff ist doch ein joke äh wir kriegen natürlich erstmal unseren dia verbrauch sind leider nur mega entwicklungssteine haben wir ja nicht genug von lol weil leute wir haben äh letztes letztes mal im stream haben wir einige mega entwicklung gemacht mega gardewar mega gengar mega simsala und heute leute habe ich noch mega absurde gemacht so dass uns jetzt im bild sammeln drei pokémon fehlen um erster zu sein beziehungsweise vier um dann erster zu sein das ist auch cool kann ich mir auch ziemlich viel von kaufen lol ich würde die drei gerne mal action sehen wo kann ich das denn mal austesten Paul leider natürlich sind die Fähigkeiten noch nicht gelevelt ist ja klar aber ich glaube ich glaube gerade mit ungelevelten Fähigkeiten ist Paul da der perfekte Gegner vor allem auch um zu gucken was sie denn können so was ist äh was kann hier verursacht Schaden 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 was ist der Buffer das ist der Buffer ok ok das ist ebenfalls der Buffer Double Attack das finde ich schon mal sehr cool Water Attack ist auch cool One Hit ist immer gut das ist die schwache Attacke ok muss man gerade gucken was die starke Attacke ist Paul stimmt doch nicht so schnell wir brauchen stärkeren Gegner wir brauchen stärkeren Gegner nehm nehmen wir mal einen Melli 2,9 Millionen dürfte bestimmt irgendwo passen at least i hope wie gesagt fähigkeiten werden wir in nächster Zeit noch zu pushen da kommen dann vielleicht noch 2-300.000 Power dazu eher 200.000 eher 100.000 so das sieht auch schon mal besser aus machen wir erstmal den hier dann machen wir den hier dann machen wir den hier dann machen wir den hier ist schon mal sehr cool dann machen wir natürlich nochmal alle Dingses weg erstmal ja machen wir den hier den und dann machen wir den hier und nicht zuletzt den hier oh nice das Ding hält was aus cool aber auch der don't stand a chance geh mal weg da Junge verpiss ich mal hmmm wir brauchen stärkeren Gegner wer ist denn im Power Ranking 4 DMV DMV alles klar DMV soll es sein DMV wo ist er denn DMV 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 habe ich den nicht in meiner Friendlist? Monsieur DMV das finde ich nicht cool ähm suchen DMV als Freundin zufrieden Bro Bro du musst mich annehmen Bro 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 der ist sogar online ey ich schreib dem jetzt einfach mal äh chatten an DMV warum kann ich denn nicht hä hä pero wieso kann ich denn ich einfach sagen é chatten oder ich frags mal ich suche mal ich versuche es mal so DMV vielleicht sieht er meine Nachricht vielleicht sieht er sie ja Weil ich glaube kaum, dass wir Cover oder Frost mit dem Team aktuell schaffen, dafür sind die Fähigkeiten leider nicht hoch genug Und dann können wir ihn über die Geld challengen? Schade, scheint nicht zu antworten und ich kann mich auch so nicht mit ihm messen Leute, gehen wir einen Schritt höher und nehmen Cover Ich glaube nicht, dass wir den schaffen können, not at all No chance, I'd say Aber ich meine, das sind 1,8 Millionen Power Unterschied und ich habe noch keine gepushten Fähigkeiten Und der wird tausendmal schneller sein als ich mit allen Pokémon, ja genau Deswegen, deswegen, deswegen Machen wir so Machen wir so Das ist schonmal ziemlich böse Ja, das ist das, was ich meine Von wegen, wir werden keine Chance zu standen Aber, äh, wir haben auch noch keine gepushten Fähigkeiten Und das wäre theoretisch auch mal ein Anreiz, mal meine Accessoires zu pushen Ah, schade Also gegen Cover, keine Chance Brauchen wir auch gar nicht versuchen, weil, äh, Cover ist unglaublich strong Also, Verhältnis Okay Also, es ist Leute, es ist Nacht geworden Hahaha Es ist einfach Nacht geworden Wisst ihr, was wir gerade mal machen? So, benutzen ein anderes Profilbild Und zwar nehmen wir Was nehmen wir dann jetzt mal schönes? Was nehmen wir dann jetzt mal schönes? So, du 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 Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, schönes Weihnachten by the way Äh, lalalalalala Lalalalalala So Komm, nehmen wir Kime Nehmen wir Kime, because we cool Äh, im Pokémon wurde es offensichtlich Nacht Dann, Leute, würde ich auch sagen, äh, da alle Pokémon jetzt schon am Schlafen sind Ganz schön friedlich und freudig Dass ich das, äh, vielleicht auch tun werde Vielleicht auch nicht Aber, vielleicht tut ihr es ja, wenn ihr das Video am Abend guckt Ich bin auf jeden Fall raus Wünsche euch dementsprechend eine angenehme Nacht Wenn ihr das am Abend guckt Und ansonsten macht es gut Einen schönen Tag noch Ich bin raus Wünsche euch was Peace out Und tschau